You leave it all behind, you leave it all behind Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mansions und Menchinen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal der PXH Drifters heute mal wieder mit mir, dem JK und neben mir habe ich wie immer den guten FLX GMNG wie man hier so schön auf seinem Kennzeichen sieht und heute spielen wir wie letzte Woche Donnerstag mal wieder den Eliminator das ist ja relativ gut bei euch angekommen, unterbricht mich nicht so jetzt nach dem Video mach das so gerne so, genau, das wird jetzt jede Woche Donnerstag kommen insofern wir es einrichten können, das wird aber denke ich ganz gut klappen man hat ja erst viel Zeit und meine Sicht gibt es, anders als letzte Woche, da habe ich sie mich verkackt auf meinem Channel noch und die könnte ich euch auch ganz gerne angucken Nein! Doch! Also wie letzte Woche müsstest du erstmal aus der Kolonne oder ich gehe also erstmal müsstest du mal wieder aus dem Foto-Modus Genau, genau wie letzte Woche Alles ist genau die gleiche Folge Ja, geh du einfach aus der Kolonne und ähm na Auf drei suchen wir Auf drei, genau Oder das Also Drei Zwei Eins Jetzt So Ich hoffe das funktioniert wieder so gut wie letzte Woche Genau Und wir machen jetzt nämlich an Einat Tschüss Bis gleich Einat Yo, bis gleich So, da haben wir eine Sitzung gefunden Und der Eliminator Ich nicht Wie letzte Woche Es ist wirklich viel Parallelen zu letzter Woche Ja, egal Also der Eliminator beginnt bald Mach dich bereit Starten wir wieder bei Matkikas oder wollen wir diesmal woanders starten? Ja Ja, bei Matkikas würde ich diesmal auch wieder starten Tatsächlich Vielleicht finde ich ja wieder ein Stelvio He he Ja, ich feiere das Design Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Farbkombination von dem 4, 5, 8 Italia findet Ich finde die gut tatsächlich Ich finde die auch voll geil Er hat mir das vorher mal beschrieben So türkisblau und dann das Rot Fand ich nicht so ansprechend jetzt die Beschreibung, aber es sieht echt gut aus Und ich habe auch eine gefunden Ah ja Mal sehen, ob es die gleiche ist Also ich habe den Mini jetzt ausgewählt Ich mache jetzt weiter auf meinem Chat Okay So, da haben wir auch eine Sitzung gefunden Mal wieder fast eine Minute später Als der JK Aha Und dann geht es auch los Hoffentlich sind wir in der gleichen Sitzung Direkt haben wir ein 22B gefunden Lappen Matkikas Waiting for players Ich habe dir mal wieder einen Card Drop weggeschnappt Ich gucke gerade schon, ob hier so Ja, danke du Arsch Ja, auch kein Ding Der Aaron Mann Aaron Mann Jawohl Subabo 22B Aaron Mann Achso, ich würde sagen Die Regel von letzter Woche gilt mal wieder Dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie Die, ne Richtig Ich gucke gerade schon, ob die irgendwo gespawnt bist Go Alter, man hört deinen Spielsound so krass Warte mal, ich schreibe gerade mal Oh, Moment Dann Mal kurz Kann ich gerade nicht richtig scheuen Dann mache ich mal eben aus So Äh Ich schreibe mal was in den Chat Go Hab ich Jawohl Ja 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 Komm, wir müssen Wir müssen We have to go back into the Zone Oh Schreib du mal Schreib du mal was in den Chat Achso Komm mal Ja Ich hab dich vorschlagen Mini Keine Ahnung, wie ich das geschafft hab Ja gut Aber ich Ich weiß nicht, ob ich Eben den Satz Vollendet Alter, was mach ich denn Was das, was das Bitte Bitte was Gutes Die schrinkt ja schon Ja, ein Traktor Die ist ja Schrank Ach ja, schön Das ist, das ist schlecht Ich bin nämlich, glaube ich, ziemlich weit entfernt Wie weit ist das, weißt du das? Keine Ahnung Also ich hab ein Traktor gefunden, ne Das ist ganz nice Ja, also ich bin jetzt gleich in der Zone Die Arena wird kleiner 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 Dring dich mal ein bisschen an Du Kleiner Kleine Au, au, au Jeet Jeet Kommst du gerade hinter mir lang? Ich komme hinter dir lang, da Der hat keine Funktion, da steht ein Licht drauf und Ende war, ne Oh nein, oh nein, ich hab verkackt Scheiße Ich hab die Söhlsreihe einfach rausgefordert Och Gott, ich Hä, und der Traktor ist doch Level 4 Hä, der Traktor ist Level 2, du Spack Oh Ja, wusste ich nicht Der Mini X-Rate ist meiner Meinung nach viel zu hoch eingestuft Der müsste eigentlich 3 oder 2 sein Er hat einen Baum mitgenommen Er hat einen Baum mitgenommen Er hat einen Baum mitgenommen Ich hab auch einen Baum mitgenommen Ja, aber das ist mir egal, es geht gerade um mein Leben hier Es geht immer nur um dich Du, du, du Ich, ich, ich Du Rassist, J Okay Der Egoist von, äh, hier Der Egoist, J Von, äh, von Hennessy Take your drift Tschüss Der Egoist Okay, ich hab Der E- Der Onanist Wir müssen dringendst mit den The Grand Tour Jokes aufhören Ja, die versteht nicht jeder, ne? Hier, oh, hier riecht nach Essen Oh, wann kommt das? Donnerstag, was ist das für ein Tag? Heute ist Donnerstag, sieben Der Heute ist Donnerstag Der Achte, ne? Heute ist Donnerstag, der Zweite Ja, das ist dann der Achte So, äh, äh, schöne Grüße am 8. April an euch Ja, nächste Woche, hä? Ja, ja Heute ist der Zweite Nächste Woche Donnerstag Heute ist Donnerstag Heute nehmen wir auf Oh, 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 nicht vorbeirunchen Fuck das, die Arena Alter, war das knapp Der war keine 30 Meter hinter mir Bruder Oh, Tammy Tammy 1, 9, 8, 4 Weiter konnte ich nicht lesen Ja So, Bobby Gold Alter, hier ist die Arena Und ich hab schon wieder Wo endet die? Oh, fuck Oh, fuck Ach, nee, doch da Oh, lol Hier ist Brotsch, Panamera Komm, 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 komm Alter, hatte ich gerade Schiss Ey Ich hab mir Ich hab gerade einfach Panamera gefunden Bro Ja, du hast immer mega Glück Ja, Junge Das Wie bei Wheelspin Nur umgekehrt Hab ich immer mega Glück Ja, Rain nicht Da ist mein Kader Krass Wow Und jetzt dein GTR Wo bist du? Von 93 Ich bin Am Ich bin am Rand Der Arena Der Arena? Arena Bist du Durban Water Oder was? Äh, äh, nee Jetzt gerade Ähm, beim Driftclub gewesen Achso, ja gut Weil Durban Water Da war nämlich der Panamera Da war ich gerade Hab ich ein bisschen geplündert Hihi Bonny Smoker 94 Ja, ganz ehrlich Bonny Smoker 94 490 490 Der Össi Was? Nichts Nichts Der Össi spricht Es mir Es mir Nee, ich kann das gar nicht Ja Kann ich, gar nicht Ey Sommer, was ist ein Lölz mit dir? Was geht denn mit dir? So reicht dann auch mit den, äh, Ostländerfeindlichen Witz Wie meinst du das? Ich habe nicht gemacht, Witze K-Drop Oh Mit Godzilla voll rausgerutscht Nicht gut Alter, ein VW-Tua-Rack Ich hab so viel Glück Ist unglaublich Ja Und ich schimmel hier Währenddessen auf Platz 30 Mit dem Panamera Was ist das? Ich hab hier, äh, ein Mitsubishi Lancer GSR von 99 Hm Ja gut Warum, was ist das? Das ist natürlich nicht so gut, ne? Alter Alter Warte, ich entschuldige mich jetzt schon mal für den schlechten Ton, weil Jawohl Oder für den schlechteren Ton, als ich eigentlich Beabsichtigt hatte, weil Jetzt sagt mir mein scheiß Rekorder Karte voll Karte voll Alter Alter Jetzt muss ich doch Joss Spur benutzen Naja Ist auch nicht so tragisch Ey, ganz ehrlich Multitrack ist sowieso viel besser Das stimmt Ja Zumindest als das normale Rekorden Mit TeamSpeak, ja Ja, weil du halt Ja, weil du halt die ganzen Spuren einzeln lauter Beziehungsweise leiser stellen kannst So, ich zieh grad einen Lancer Alter, der hat bestimmt Level 7, 8 Der war mega schnell gerade unterwegs Wo bist du? Ähm Oh, ich hatte Radio Bisher gar nicht an Veloce Von Mightkiss Oh nein Ich bin froh, dass Fuck, ich hab wieder vergessen Den Streamer-Modus anzumachen Oh fuck, oh fuck, oh fuck Was ist das? Was ist das? Tschüss Ich glaub, der hat aber ein bisschen Schiss Auch vor Ja, besser Mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht Oh, Gwyn Grüße gehen raus Du bist schlecht Oh Gott, ich hab Angst Ich hab Angst Und der verfolgt mich Die verfolgen mich beide Aber ich denke, der wird auch Ja geil, der wird auch verfolgt Der kann mich nicht mehr challengen Denk ich zumindest Jetzt verfolgt er mich aber wieder Fuck Problem ist, ich glaub, das war halt ein Alfa Romeo Hallo Äh, 4C Oh lol Und der ist halt Nicht so gut im Gelände Bentley, Ventaiga Soll ich den rausfordern? Ich hab ein Ferrari Ventaiga? Nein, er hat Ventaiga Boah, ich kann mich schließlich noch retten Wenn das, äh Fuck Nee, das geht nicht mehr Wenn das jetzt ein schlechterer Wagen wäre als ich Dann könnte ich den Challenger noch Aber das war's wohl Ah Nicht aus der Zone fahren, Flemming Bist du grad da bei PXH Teststrecke? Ja Echt? Dann kommst du mir grad entgegen, nicht hupen? Hi Hallo Der mit seinem Scheiß Ganz ehrlich, das ist so ein Scheiß Teamplay Ja Äh, egal Ja Ja, du hast den ja eh nicht gekriegt Du Vollspacken Ja, ich wollte den eigentlich Du heiß rutschlau Ach, da bist du Achso, der Ventaiga, der ist als erstes Ah, okay Dann fahr ich dir einfach mal hinterher Bis Platz 1 oder 2? Ne, 2 Oh Obwohl, der fährt nicht querfelder ein, ne? Flemming, das sieht nicht gut für dich aus Echt, hä? Ist, ist so, ist so, weiß ich nicht Ich weiß nicht warum, aber es sieht irgendwie nicht gut aus Sag mal Bescheid, wenn du erster bist Das wird nicht passieren Ja, ich wollte grad sagen, dann kannst du aber lange warten Noi Ah So ein Depp, Alter Ja, wenigstens Vielleicht kann ich noch auf Platz 18 hoffen Ich glaube, er wäre 19 Nein Ganz sicher nicht Ja, aber in den Top 20 Hey, super Na, ich find das so geil, weißt du Beide in der Lobby Ich hab noch gegen den Baum gedriftet Ey, ich weiß noch, als wir das mal mit Nico gemacht haben Ich weiß gar nicht, wer dabei war Wahrscheinlich noch, glaub ich, Wolf, Miner King oder so Weißt du, er kommt so auf mich zugefahren Ich krieg so übelst die Panikattacke Forder ihn direkt raus und zieh ihn einfach ab Ey, das war so bitter So, was haben wir denn da? Los, ich bin noch ein Level 9er So, wie lange Ich rekorde 16 Minuten 45, das geht ja noch Ist das ein Golf? Sei mal kurz leise So Du hast verkackt Du sparst Ja, ich weiß Äh Ich würde sagen, wir machen das jetzt so, damit wir dann gleich Vielleicht wieder in die Session kommen Dass du mir jetzt einen Cut machst Ich mach jetzt einen langen Cut Genau Bis du dann fertig bist mit der Runde Ich Ja Ich bin Level 300 tatsächlich Endlich mal Echt? Lul Ich wusste gar nicht, dass der 2013er RS6 ein Level 7er Fahrzeug ist Ah ja, Fleming hat die Session verlassen Ich bin tatsächlich eben gefahren Lul So Äh Ey, du hattest doch Nein Du hattest ein Tour-Reck, keinen RS6 Ja, nee, nee Nicht in der Runde Lul Ich hab eben alleine gespielt LX2 herausgefordert Oh Und ich hab einen besseren Ähm Was ist das denn? Ich würde sagen Lul Wir machen jetzt hier Ich mach jetzt hier einen Cut Ja, ich ja nicht Und wir sehen uns dann gleich In der nächsten Runde zusammen Wieder Bis gleich Bis gleich Cut Also bei dir, ne? Also bei mir Cut Bei euch Auf dem PXA Drift Das Channel nicht Ja, wir sind halt Ja, bei uns Keine Ahnung Ey, ganz ehrlich Ich bin ein Eliminator Pro Player Ist genauso wie diese Fortnite Fortnite World World Championship Ding da, ne? Achso, hast du das mitgekriegt? Lara Loft hat das Coronavirus Was? Nein Doch, die ist positiv getestet Nein Grüße gehen raus an Lara Loft Wir wünschen dir gute Besserung Das kann sein Doch, klar Nein Hast du das Story nicht gesehen? Klar So, noch 12 Fahrer Und ich in einem Level 9er Aber da geht's gut Ferrari, GTC, 4 Lusso Ja, die hat irgendwie keine Symptome Aber Hat halt irgendwie Positiven Test gekriegt So Alter War doch ein Fake Boah, Alha Hör da Angst gehabt, du Ne, nicht wirklich Angst, aber Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist ja schade gewesen Ah, das Fahrzeigal Ja, den will ich nicht ausfordern Äh Folgendes Was lässt du gerade? Riecht doch einfach die Videoaufnahme ab Oder? Ja, dann müssen wir aber gleich dann neu synchronisieren Das ist hier klar, ne? Ne, du kannst dann ab 3, 2, 1 Und dann kannst du Oh Hä? Lappen Achso, dann kann ich ja einfach einen neuen Clip machen Bei mir Ja Oh nein, ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht Stimmt Das stimmt natürlich Ich bin gerade wirklich richtig krass am Beten Okay, ich hab verkackt Ah, du musst mir Äh, du musst mir ja eh, äh Scheiße Die Schuhe zuschicken, ja Ja Ich mach dann, glaub ich, auch gleich einfach ein Multitrack-Recording Mach doch Selber Also ganz ehrlich, wenn der jetzt keinen Baum mitnimmt, dann hab ich verkackt Ja, ich hab verkackt Kannst du mal Warte Ach man, wie kann ich so dumm sterben Das ist doch kacke Platz 9 von 52 Okay, erneut spielen Also, such mal Du kannst jetzt suchen Alter Ja, dann sag mir das doch vorher Ja, kannst jetzt suchen Ich hab noch einen Wheelspin zu drehen, da sucht er ja erst Wow, Golf GTI Mark III Tschüss Bitte verpäschen, kommen die wieder Ja Extras Moment, Moment, Moment Und ich würde sagen, bei mir gibt's jetzt noch einen kurzen Cut Bis er halt eine Sitzung gefunden hat Bis gleich So, da haben wir auch schon die zweite Sitzung für heute gefunden 7 von 72 Spielern angenommen Ich fahr grad einfach mal in meinem 458 zurück auf die Straße Weil RWD und Offroad, das, äh, ne Nicht so lecker Ach, du hast ja auch jetzt ne Aufnahme gestartet Und schon ist er ausgetimt Witzig Ist er auch ingame ausgetimt? Ich hoffe nicht Nein, sieht nicht so aus Also entweder kommt's gleich wieder Oder ich moderiere jetzt den Rest der Folge alleine Okay So, der Eliminator beginnt bald Mini ausgewählt Und wir starten diesmal Hallo Flemming Ich hab grad ne Sitzung reingekommen Ähm, ich geh mal zum Festival Da sind auch, da waren das letzte Mal als ich da war In der ersten Folge waren einfach da 6k Drops Komm auch mal, oder? Ich wird keine Ich schick dir dann die Aufnahme zu Ist kein Ding Ähm, Moment Ja, du musst grad noch das andere Mikro noch einstellen Ne, ne Das geht ja auch nicht So, wie viele Drops sind denn diesmal hier? Ich seh noch keinen Ey, jetzt sag bitte nicht Hier sind keine Card Drops Ey, ich krieg nen Kollaps Scheiße Ja, so fühl ich mich dann immer Ach doch, da hinten, da hinten, da hinten Komm, komm, komm Zieh, Mini Ich frag mich, ob da so wenige spielen Dass man dann auch mit so nem Delay in die gleiche Sitzung kommt Also Nein, das ist ja an sich nicht schwer Du musst halt nur gescheit suchen Bad Lab & Taker Komm, komm, komm Easy Alter, ich hab einem grad den Ben Taker weggeschnappt Den fordere ich jetzt erstmal heraus Oder bist du das? Nein, ich bin Noch in der Freifahrt Echt? Ich bin, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen pisst Gerade wegen, weil ich wieder ausgetrennt bin Naja Ja, Telekom kickt Ja Wenn die Telekom das sieht, was sie nicht tut Machier mal die Telekom auf deinem nächsten Beitrag Und da Hashtag Scheißverein oder so Ja Der Ranger T6, der ist doof Den mag ich nicht Der fährt weniger als der Mini-Spitze fährt Was ich tatsächlich ein bisschen schrecklich finde Fuck Na, Timest du gleich nochmal aus? Setze ich jetzt eine Runde aus oder mache ich jetzt mal eine eigene Runde geben? Ja, nein Kann ja sein, dass ich jetzt gegen die Mini verkacke Deswegen würde ich sagen, dass dein Card weiterhin bestehen bleibt Den Rest der Runde einfach, weil er jedes Mal ausgetimt ist Dann schreibe ich einfach in den Titel Ich seh's schon vor mir, weißt du, das Thumbnail Und dann halt so mit oder ohne Flemming Mit ohne Witzig Das Thumbnail mache ich Ich weiß, aber ich seh schon das Video Im Titel steht dann mit und ohne Flemming Ich hasse es Ich hasse die scheiß Telekom Ja, bist nicht alleine, Nico auch So, ich bin grad einfach beim Ziel vorbeigegrutscht So, ich schraub mal eben meinen Rekorder ab Damit ich dann auch wenigstens in zwei Runden Ton haben kann Der akzeptabel ist So, der RS6 Tatsächlich ein wunderschönes Auto Auch wenn ich mir neuere Audi-Modelle im Spiel wünschen würde Ja, das ist echt so ein bisschen ätzend Flemming? Hm? Alles gut bei dir? Ja, super, warum? Ja, alles gut Nur so So, was haben wir hier? Das sieht mir nach nem nem 22B aus Komm hin, Junge Ach, hört man das? Das hört sich echt gesund an Das ist äh, die Playtaste von nem Rekorder, die knarzt ein bisschen Bro Ich hab das mal dann formatiert alles Finde ich auch toll, weißt du Machen wir dann noch zwei Runden? Keine Ahnung Also ganz ehrlich, wenn das so weitergeht Er hat verkackt Ach Ey, was Was ein Noob Ja, Junge, du musst hier rumfahren, du Spack Ey, was ein Lappen Lappen Ö Lappen Lappen Oh, eigentlich Hört ich hier die Straße Ey, ganz ehrlich Ich bin auch so Lappen Sagt der da jetzt schon Das zweite Mal ausgetimt ist heute, ne? Hab nichts mit mir zu tun Naja Vielleicht mag dich das Internet auch einfach nur nicht Alles auf dieser Welt hat Gefühle Außer dir Arschloch Internet So sieht's also aus Ja klar, nochmal Kann ich hier nichts löschen mit dem Lateinmanager? Mit dem was? Ja, mit dem Lateinmanager auf der Xbox Ach, Latein, ich hab Latein verstanden Ah, das kennst du doch Der Lateinmanager, alles klar Hat er mega Angst vor Vor dem Lateinmanager Genau So ein Bericht hat Domina Lehrer Oh, Ford Fiesta RS Äh, was? Ist das der Huni? Nein So eine Latein-Domina Ah, nein Ist tatsächlich der Normale Ist wieder ich Du ekelhaftes kleines Parasitenkind Ich töte dich, was? Das wollte ich jetzt nicht damit sagen Achso Falsch interpretiert Ja, tschüss Ich hab doch hier diesen File-Downloader-Manager Die File-Downloader-Manager Die File-Downloader-Manager Die File-Downloader-Manager So, was ist das? Dann er ist 6 Ich hoffe nicht Nein, ist es auch nicht Das sieht mir schwer nach dem Stelvio aus Oh, ist so Stelvio Die File-Downloader-Manager Man auch sagt Delvio Delvio Hammond Hammond So, jetzt reicht's wirklich Kann man eigentlich wegen Witzen aus einer Fernsehserie oder aus einer Amazon Original Serie Ähm Ne? Copyright-Rechte Wie ist das? Ach Ja, aber dann bist du gut auch wohnt, oder? Knauze 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 Hab ich gewonnen? Ich war einfach erst noch Rennen beendet Warte auf Ergebnisse Okay Platz 29 So, jetzt dürfte ich hier Doppelt hören, was ich sage Flemming, ich beende erstmal gerade die Runde Dann suche ich gleich eine neue Ich hoffe, du kannst jetzt einsteigen mit Hallo 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 Also jetzt war ganz ehrlich, wenn du das so weitermachst Ah Ja Äh, ja Ja Nein, da war kein Scherf Ich musste nur kurz was testen So, wir nehmen jetzt auch schon Rohdateien eine halbe Stunde auf Kannst du jetzt suchen? Moment Ich muss erstmal ins Spiel gehen Musst du auch erstmal die Aufnahme starten Vor allem, ja Dann mach Dann kann ich ja mal zeigen Was ist diese Woche so tolles Im Vorstand von Shoppen Ja gut, jetzt nicht mehr Drei Zwo Warte, warte Eins Achso Null Ne, ne, ich hab nur für mich runtergezählt Dem Ey, Junge Ich lass das so uncut drin So, ich muss eben für mich eine Antwort machen, okay? Ja, dann mach In der Zeit kann ich ja schon mal meinen, meinen, äh, 4, 5, 8 so ein bisschen, ne, eigen So, und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Eliminator Auch auf meinem Channel FLX Gaming Ähm, hier habt ihr quasi meine Sicht zu den Aufnahmen der PXR Drifters Die beginnen jetzt allerdings erst diese Woche bei der Hälfte der Folge, weil ich mal wieder extreme technische Probleme hatte Deswegen seht ihr jetzt hier mich nur alleine Äh, seht ihr mich jetzt hier nur alleine mit dem ersten Martin rumfahren Und gleich gehen wir zusammen in eine Sitzung Eliminator Ich hoffe, das funktioniert Lappen was Jetzt cut, bis die Runde beginnt Bis gleich Also, drei Bereit zum suchen? Moment, ja Also, drei Zwei Eins Jetzt Okay Mal hoffen, das funktioniert, ne? Jetzt? Ach komm, weißt du was? Ich muss austesten, wann ich, äh, wann ich übersteuere Mit dem Mikrofon Nicht so easy Immer Not so easy Jetzt zum Beispiel, wenn ich ganz nah dran drin und einfach ganz normal spreche Äh, übersteuere ich die ganze Zeit, das ist voll unangenehm Flaming, soll ich dir mal was sagen? Was denn? Ich lass das alles drin, alles was du jetzt sagst, wird gegen dich verwendet werden Hä, klar Ja So arbeiten halt die Rechmarotzer Genau, die PXR Drifters Alles so richtig ekelhafte Menschen Durch das Slagging hat sich so angehört wie Menschen Alles Menschen Der Spannico mich angeschubst mit Hey Ja, mich auch, Junge Ey, ganz ehrlich, ich eskaliere jetzt Ganz ehrlich Moment mal Äh Ja, wo ist der Spass, die denn? Ecke 10 Ecke 10 Gut, dann schreibe ich ihm jetzt mal was Achso Ähm Ja gut Runde Eliminator gefunden Wir müssen gerade nur noch eben schnell mal den guten Nico weg ekeln Ich wage zu bezweifeln, dass er das lesen kann, der kleine Anal Du machst, ich hab jetzt, ich hab jetzt, äh, ihm geschrieben mit Ich hab geschrieben, hau ab, wir sind am Aufnehmen Matt, du machst dich zum Obst der Woche, zum Beispiel Birne So, 3, 2, 1 Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vor Horizon 4 Heute wieder mit JK und Fleming Äh, Nico Der Cut, der Cut ist gerade noch da und wir machen Multitrack-Recording Scheiße Wir können nicht einfach rausmuten Ey, ich wär grad fast zu Andi in den Channel gegangen Ey, Nico Voll die Welt Jetzt bitte, nerv uns nicht Sag mal leise Sag mal leise Jo, hallo Hallo, hallo So, und da geht's auch bei mir weiter Wir sind jetzt in der Ladezeit zur Runde Ist das nicht spannend? Nein Nein Der Nico ist gerade in den Channel gekommen Obwohl wir ihm gesagt haben, bitte nicht stören Der kleine Ecke Den kann man aber nicht hören Weil wir sind nicht doof Wir machen nämlich ein Multitrack-Recording Ha, 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 fick dich Ne, ich mache Multitrack-Recording Geh ich wieder Tschüss Ja, tschüss Ja, aber ich benutze das halt auch So, jetzt ist er wieder rausgegangen Der kleine Spack Bist du jetzt in der Sitzung? Warte mal Nee Eeeet Hast du irgendwas geschrieben? Ja, ich hab bis dann reingeschrieben Schreib du mal gerade was rein Schreib dir gerade Thanks rein So, jetzt go Gut, wir sind nicht in derselben Sitzung Das hat dann mal gar nichts funktioniert Hat mal wieder super geklappt Warte, schreib jetzt nochmal was rein Äh, das war die Telemetrie Oops I ate it again Also jetzt, hör ganz ehrlich Weißt du, was ich jetzt versuche? Ich mach jetzt aber Pro-Challenge Ich will jetzt mit dem Mini eine Runde gewinnen Ich versuche jetzt mal ein K-Drop befinden Weil das schaffe ich irgendwie nie Komisch, oder? Ja, das schaffe ich gerade auch nicht Und weil ich ja ein Mini bin Hab ich mir gerade spontan gedacht Oh, ich hab einen gefunden Oh, ich hab auch Alter, Nico, der klappt da rein Ein ganz toll, geilen K-Drop Oh, wie gut Um 2000 Konnte man das bei TS hören? Ey, Junge, ich werd jetzt dreimal von T- Äh, von Nils ange- Ey, ganz ehrlich Levelnator steht da drauf Da sind wir draußen Oh, das hat übersteuert Ey, Digga Grad so eklig So, jetzt muss ich gucken, dass ich schnellstmöglich in die Zone komme Weil sonst Für alle, die es nicht wissen Nicht tot Der gute Nico Motzt immer irgendwie an mir rum Das kleine, dumme, ekelhafte Stück Von wegen Ja, ich würde nix für unseren YouTuber machen Wenn er das sieht Fick dich, Nico Ich liebe dich Nein, Jesus liebt dich nicht Jesus liebt dich Weiß ich nicht Ich kenn den nicht Ich bin Jesus Doch, ich kenn Jesus Ich bin Jesus, Alter Tschüss Nein Jesus, was geht Aber Nico Jetzt mal persönliche Nachricht an dich Lass es bitte Wenn ich dann schon was mache Möchte ich nicht von solchen Idioten Hier, die keine gescheite Grafikkarte mehr haben Gestört werden Hä, der kriegt ne Der kriegt ne 1080 oder nicht? Der kriegt ne alte Der kriegt ne 1080 Nein, der kriegt ne alte von Dennis Der will sich ne Der will sich ne 1080 kaufen Richtig Ja, aber er hat halt kein Geld ne Mit 1080 hätt ich auch gerne Ich hab nur irgendeinen AMD Grafikchip in meiner Xbox Klebst du so an deine Xbox Das ist im Namen, ich kenne Und du hörst da so Wow Wow Das ist kein natives 4K-Game Krass So mit Panzertape oben an die Xbox dran geklebt Und dann macht er so die Xbox an Und dann so Wow Geil Ja, das ist schon krass Ja, so ein Xbox One X Intro Witzig Also bis jetzt schlage ich mich ganz gut Einfach im Mini rumzufahren Äh, ich hab mich jetzt anders entschieden Ich mach das doch nicht mit, äh In die Zone Ich dachte ich wäre in die Zone Vor allem, das ist auch so scheiße Das Setup Ich hab das halt Ich hab meine DSLR auf Stativ geschraubt Da dann so ein Schienen-Extender draufgeklebt Äh, ganz ehrlich Wie unfähig kann man denn sein? Ich hab grad ein Nissan GT-R rausgefahren Also Ja gut Hier ist natürlich kein Car-Drop Und das Und quasi der Rekorder unter das Mikrofon drauf Ist mega improvisiert Ja, ist halt dein Setup Sag dir ja, der ist ein Rechner Das ich eben nicht mit dem WLAN verbinden wollte Ja, das ist des Öfteren mal so Außerdem war das nicht eben Sondern vor einer halben Stunde Aber das kannst du ja nicht sagen Wenn du schon wieder ausgetimt bist So, reicht jetzt Erstens, nichts damit zu tun Und zweitens Ist vor einer halben Stunde eben Eben kann auch vor drei Stunden sein Auch vor fünf Stunden Doch Nein Definitiv nicht Doch 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 Nein Doch Nein Doch Doch Junge Entschuldigung Junge Es reicht Sag mal bitte Ich hab mir die Camuklage auf Bitte nicht Name angeguckt Die am Sonntag glaube ich gekommen ist Nee, am Samstag gekommen ist Gekommen ist oder kommt Alter, der Level 6 ist einfach an mir vorbeigefahren Was ist denn das für ein Ehrenmann Wir sind ja jetzt noch am Donnerstag Ja, ja, aber die kommt Die ist ja am Sonntag Am Samstag gekommen für euch Die das jetzt gucken Achso, also, okay Ja gut, das wollte ich nur wissen Ey, warum ist das Ziel einfach hier hinten bei so einem Haus Weißt du, in irgendeinem kleinen Hinterwald Oh nein, ich werd verfolgt Hinter dem Hinterwald, aus dem irgendwer kommt Ne, Flemming? Hinter dem Hinterwald 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 Hä, wir gucken denn aus Heifelden Heifelden? Heifelden, ja Ja genau, Heifelden, das Name, Alter Ne, ähm Äh, was wollte ich sagen? Weiß ich jetzt auch nicht mehr Mäh Ich auch nicht mehr Flucht Scheiße Das sind Der kleine Striche Kleine Striche Und das Ziel ist auch noch in der Richtung Ich fass es nicht, ey Leul, ich fahre gerade einfach gegen den Touareg Und ich hole einfach auf Im Mini Ja, im Mini Ich fahre immer noch den Mini Ich habe eben einen GTR kriegen können Alter, fährt der Mini über die Straße? Ist der geisteskrank? Will der verlieren? Der fährt über die Straße Ich fahre einen Golf Also einen 7er Ich glaube, bei dem hackt das ein bisschen Ey, ganz ehrlich Ich glaube, der Touareg Der will wirklich verkacken, oder? Ja, bei mir auch Junge Der Touareg Der fühlt gerade richtig Das Game Ja, ich habe verkackt Tschüss Echt? Ja Oh Platz 30, Alter Schaut bei mir rein Nein Da gibt es noch mehr aus der Runde Ihr könnt gerne hier bei mir dranbleiben So, wir spielen jetzt direkt eine Runde weiter Das ist richtig Ja, du ja nicht Ich bin ja noch drin, ne? Ja, aber nicht in der Sitzung, in der ich eben war Ja, da kann ich ja nichts für Ja, Schuld vom Spiel Ja, Forza Tricks Game Hä, voll das geile Game habe ich gehört Habe ich gelesen Metacritic 93 Punkt Oder 92 Mega gut Beim Forza Support oder was Lustig Das ist Luftig War kein Witz War kein Witz Ja gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde Oh fuck Das ist richtig Bei mir Ja, trotzdem ist es richtig No You have beaten your opponent Opponent Ich will mal gucken, wie sich der driften lässt Wir kommen nämlich hier gleich In eine Driftung Ich bin mit sich sicher, dass es Opponent ist Let's go Opponent Ja, siehst du Ja, das habe ich doch gerade gesagt Opponent Ja, es heißt aber Opponent Nein Was heißt denn Opponent auf Deutsch Gegner oder Oder Rivale Ne, das heißt Rival Naja, ist ja jetzt auch egal 40.000 ohne Drift Kann ich noch reden? It is an English lesson So, let's go Ganz ehrlich, ich vermisse das Das Bodykit In 5-Facht Italia Das habe ich voll geil gefunden In Horizon 3 Aber das Design ist auch geil Lecker Was ist das für ein Auto Das ist grün ist schon scheiße Ja, super Route 22B Also jetzt war ganz ehrlich In der letzten Runde starte ich nochmal bei Mudkickers Badabang Da ist der kleine Stricher Tschüss Und damit bist du sicher? Ja Sicher, sicher, sicher Mudkickers hier Ich bin voll müde Ich war mal schön in meinem Feld Wehe Ja, das ist gut Weißt du Vor allem FLX Gaming Kämpfe bis nur noch einer übrig ist Ja Bis nur noch du übrig bist im Eliminator Das geht Das stimmt ja auch Das du zu mir sagen würdest Aber ich verstehe das nicht Warum das als Status steht Halt Kämpfe Und nicht Kämpft bis nur noch er übrig ist Achso, ja Das ist scheiß übersetzt tatsächlich Google Übersetzer Das steht ja glaube ich immer noch Wow Bei den Gruppen Bei den Online-Abenteuern Steht ja auch noch, meine ich Team Rot-Siege, oder? Ey, willst du mich verhauen? Das ist ja eigentlich Altdeutsch Oh man, der Galant wurde mir einfach gerade weggeschnappt Okay Dann versuchen wir jetzt nochmal Ein letztes Mal Boah, Galant, scheiße Und dann Fuck Oh, der Galant wurde mir weggeschnappt Ja, Junge War halt das Beste, was ich eben kriegen konnte Lul Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Nein So, mal gucken, ob wir was Schwächeres finden Zum Herausforderer Weil, äh Was Stärkeres trau ich mich halt nicht Bin nicht sicher Aber ich glaube, das war Selbstmord Hier jetzt reinzufahren, oder? Ne, ich sehe die Zone noch nicht Also alles gut Also, einer hat hier schon Volvo V60 Was ist das? Das ist ein Stelvio, oder? Wo soll ich Schiss haben? Ja, was fährst du gerade? T-Rex T-Rex Tr-Rex meinste Kein T-Rex Ja, ein T-Rex Heißt T-Rex So ein T-Rex-Uni Er kann sich nicht selbst befriedigen Ist so Nein Halt dein Maul Bitte Achso, wir wollten ja auch voll mit den Egal, dann Ne, dann Dann mach weiter Ich weiß gar nicht, wie man deinen Namen so aussprechen könnte Jackay Doch Das war voll gut, Junge Ja, aber ich will jetzt deinen Nachnamen hier nicht sagen Die Scholpe ist kritisch Thorsten Nein, nicht Forder mich jetzt nicht heraus, du Arschloch-Forsche Alles gut So, wenn ich hier jetzt ganz chillig im Wald langfahre, dann fordert mich niemand heraus Und ich kann vielleicht mal in den, in den finalen Showdown kommen Alter, die scheiß Kopf-an-Kopf-Rennen wäre ich gleich deaktiviert Echt? Bei mir sind noch 52 Fahrer übrig, Lui Weil der wollte auch nicht, du Äh, 4 Badabang Da ist der kleine Stricher So Jetzt den Kopf-an-Kopf-Rennen Deaktiviert Ich fände das voll lustig, in dem kleinen Mini zu springen Das finde ich voll geil Hey, jetzt sind es nur noch neun, ist einer rausgegangen, oder was? Yeah Ein feiges Schwein Feigo-Sau Ich bin doch schon in der Zone, oder? Was ist das? Das ist der Spaß, der mir in der Lande... Alter, der folgt, Thorsten Verpiss dich, Arsch Jetzt hat er mich noch herausgefordert, der Idiot In seinem Galliado-Spider, weißt du, der Arsch Was fährst du denn gerade? Immer noch den Tricks Immer noch den Tricks Tricks Genau Final Race start In 5 4 3 2 1 Go 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 14 13 15 15 14 15 15 15 16 15 16 Na Prozess Ich spiele 25 mal Eliminator Geil Was bist du eigentlich für ein Level Eliminator Muss ich mal gucken 43.000 Credits 30.000 EP Konnte ich jetzt nicht sehen So, das war's mit meiner Folge Den Rest von Jo Könnt ihr noch auf dem Drifters Channel sehen Der ist unten in der Videobeschreibung Genau so Und ich würde sagen Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Wann auch immer ihr das guckt Montag, Dienstag, Mittwoch Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag Bleibt gesund, wascht die Hände Und bleibt vor allem zu Hause Tschüss So So, jetzt sind die Leute wieder bei mir eingeschaltet Genau, ich kann jetzt irgendeine Scheiße labern Weil es eh nur der Chat Ich liebe das Nee Ey, scheiße Da kommt gerade einer hinter mir lang Der will mich bestimmt abtetschen Da habe ich gar keinen Bock jetzt drauf Tschüss Guck mal, ich bin so doof Weiß ich bin fertig mit dem Aufnehmen Ich stopp die Aufnahme gar nicht Vollidiot Höhö User in your channel, stop recording User in your channel, stop recording So, 33 Fahrer übrig Ich immer noch im Mini Voll lustig Irgendwie Voll lustig Lustig Ich war tatsächlich schon mal in den Top 10 mit dem Mini Also ich glaube dann auch auf dem 10. Platz Aber Ich bin jetzt in der Top 30 Also noch 33 Aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern Aber da habe ich nicht Da habe ich das nicht gewollt Und dann Okay, vielleicht auch ein bisschen für die Für, für, äh, für das Für die, äh, ne? Für den Erfolg Ja, genau Weißt du Diese Aussage so Ja, ich war einmal mit dem Mini in den Top 10 Aber, Digger Ich war den Tag so Hacke Was? Mir stand der Alkohol bis zur Stirn, Alter Was? Keine Ahnung Einfach mal raushauen Du bist einfach doof So Warum? Ist ja nicht mein Doch, ist mein Kanal Nein Ist unser Kanal, ne? Ja, aber ist auch mein Kanal Ja, ich mach mehr Machst die Thumbnails, toll Ja, richtig Das ist auch Arbeit Ich kümmere mich um Rechtschreibfehler von Nico Loll Das ist auch Arbeit Der mach mich auch Horizont Ich glaube, das machen wir alle Hat er das mit TZ Ich glaube, das macht er aber extra Hat er das mit TZ geschrieben? Ja Also Nico, wenn du das siehst Ich hoffe, du machst das extra mit Horizont Nein, der hat LRS Sonst muss ich mal zum Logopäden Der hat LRS, der Junge Achso Stimmt Logopäden ist ja für Zum Sprechen Äh, 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 genau Nico Äh, äh, äh Teaching Speaking Oh, die Arena wird Kleiner Äh Berita ist weg Soll ich mal deinen Namen sagen Wie der Moderator Nein, bitte nicht Yo, Hodders The Eliminator Ich weiß In T-5-4-2-1-0 Super Übrigens Es gibt Hoffnung Für mich Ab 2021 Oder im 2021 Internettechnisch Nein, gibt es nicht Du bist aber ein hoffnungsloser Fall Doch Gibt es Nein Und zwar, weil Es Elon Musk gibt Der hat nämlich Wirst du dann ins All geschossen Oder wird Nee, nee Lustig Haben wir alle Alle gelacht Ist wirklich lustig Ähm Der hat nämlich ein Projekt Mit SpaceX Das heißt Starling Und äh Das ist quasi das Projekt Die ganze Welt Wirklich die ganze Welt Zu vernetzen Ja Über Mini-Satelliten Und ab 2021 Wird schon ein Großteil Der Welt abgedeckt sein Es ist jetzt schon 2020 Werden die USA Abgedeckt sein Und dann eben 2021 Der Rest der Welt Und da kann man Für nur Geschätzte 80 Euro im Monat 5G beziehen Mit Über 1 Gigabit Geschwindigkeit Und das kann dann jeder Ich sage es gerne nochmal Zu dir bitte In jedem Scheißdorf Erzähl Erzähl sowas bitte In deinem Video Ja, aber Sonst ist ja nur still Und Und Irgendwann Im Video hört man mal Wen sagen Oh, ich hab ein Panamera Ist ganz cool So Oh nein Chief Wrangler Chief Wrangler Verpiss dich Ich fahr gerade auch noch Mini tatsächlich Oh Gott Berg Und er hat den besseren Start Okay Todesurteil Tschüss Badabang Da ist der kleine Stricher Du musst mir dann gleich Über E-Mail Die Datei schicken Ja Lass mich doch erstmal schneiden Ja, aber trotzdem Ich hoffe Der verkackt Die Die Tonspuren Hier ist ja das mit dem Ich bin einfach voll in die Story Mit dem Der Der Ähm Was Wie hieß das? Der Stuntman? Stuntfahrer? Erstes Stunt? Stunt Story Oder so Stunt Driver Okay, ich hab verkackt Erste Story halt Loll Gut, das Rennen ging nach Brotweg Ich hab verkackt Das war's an der Stelle aber Konzept Und war schon das Rod nicht brutal ist, oder? Ja, ich weiß Okay 19. Platz Immerhin Wie gesagt Das wird jetzt die Challenge Für jede Woche sein Haben nochmal 31.024 Credits 24 Ganz wichtig Bring dir viel bei 60 Millionen Ja, ich weiß Hast du dir jetzt ernsthaft gedacht Ich hätte 60 Millionen Hast du mal gesagt Ja, hatte ich auch mal Aber jetzt bin ich ein armer Schlucker 35 Millionen Aber auf jeden Fall Auf jeden Fall Das soll's jetzt auch gewesen sein Mit meiner Aufnahme Und dieser Wöchlichen Wöchigen Diesem neuen Wöchentlichen Format Genau Wöchentlichen Schaltet auf Samstag und Sonntag ein Abonnieren Kommentieren Teilen Und natürlich liken Ganz wichtig Und Das wird jetzt jede Woche kommen Ich freu mich schon Ja, ich mich auch Es wird auch der Tag kommen Wo ich dich einmal Komplett raushaue Aber gut Das soll's gewesen sein Ähm Wir sehen uns spätestens Am nächsten Donnerstag Zu einer weiteren Folge Eliminator Bis dahin Aber Tschüss 57 Minuten Du sagst nie Dass man sich die Hände waschen soll Du bist schon so ein Keck Ja, das hast du ja schon gesagt